Ja, Name, super. Ich meine, das sind immer so, wie nennt man es, Partnerschaften von Vereinen mit Firmen oder Institutionen. Und das ist super, das ist ein Familienbetrieb. Es heißt Europa Park Stadion. Ein guter Name mit Europa, weil es symbolisiert was. Es tut was grenzübergreifendes darstellen. Es kommen sehr viele Menschen aus der Schweiz, aus Spanien, aus ganz viel aus Frankreich und aus aller Herren Länder in den Europa Park. Und es kommen nicht wenige Leute, das weiß ich, ich bekomme immer Fanpost und so. Schauen die SC Freiburg auch, in aller Bescheidenheit, aber auch in vielen Ländern. Weil letzte Woche in der Schweiz war ich zwei Tage. Es war unglaublich, wie viele Leute mich angesprochen haben, wie man da erkannt wird und was sie über unser Verein sagen. Also die Verbindung Europa Park SC Freiburg ist super. Familie Mack aus Waldkirch mit dem Senior, der vor einigen Jahren gestorben ist, der dann so ein Unternehmen aufgebaut hat. Total visionär. Da war ja nicht an Europa Park zu denken damals. Schausteller in die ganze Welt verkauft. Ich habe Modelle gesehen, aus Holz und habe Bilder gesehen und Filme, wo sie Achterbahnen, ganze Achterbahnen aus Holz in Amerika aufgestellt haben und dann haben sie sie abbaut. Wieder das ganze Teil aus Holz, jede Schraube und haben sie wieder aufgebaut. Vor vielen Jahrzehnten. Das ist beeindruckend. Ich habe da mal einfach hinter Kulisse schauen dürfen. Finde ich toll. Ist gut und es passt einfach. Es passt vor SC Freiburg und der Europa Park. Das passt. Finde ich. Vorfreude. Ich habe mich jetzt gefreut gehabt, dass 10.000 Leute hier im Stadion waren. Bei mir ist es so, ich bin so lange hier. Ich bin so ein konservativer Typ irgendwie. Das heißt, wenn ich irgendwas schön ist und es gefällt mir irgendwo, dann ist es für mich nicht so einfach loszulassen vor dem Schönen und vor dem, vor der ganzen Atmosphäre und so, wie alles gewachsen ist und hier, wie es geflickt ist und gemacht ist und so. Ich freue mich. Ich war ja im Stadion im Neuen schon. Aber ich denke auch, wir müssen erst mal dort in dem Stadion gut kicken. Wenn wir das erste Mal dort gut gekickt haben, dann ist es schon besser für mich. Aber ich freue mich auf das neue Stadion, aber ich vermisse jetzt schon das Alte.